Wir sind hier auf der Ausbildungsmesse in der Staatlichen Berufsschule Lichtenfels am Stand der Firma Dechand. Die Firma gibt es bereits seit 1881 mit Sitz in Weißmain. Bei mir jetzt der Geschäftsführer und Ausbildungsleiter Thomas Dechand. Für was steht denn die Firma? Ja, die Firma Dechand steht für traditionelles Bauen, genauso wie für modernes Bauen. Wir sind ein motiviertes Unternehmen mit vielen jungen Leuten, sind bundesweit tätig und möchten gerne viele junge Leute dazu motivieren, sich für den Bau zu begeistern und bei uns ihre Ausbildung zu absolvieren. Was bieten Sie denn alles den jungen Leuten in der Ausbildung? Also auf jeden Fall die Unterstützung, das aus ihnen was wird. Wir haben einige Leute so weit gebracht, dass sie weit gekommen sind, bis zum Bauleiter, bis zum Abteilungsleiter bei uns, von der Lehre ab. Und wir geben auf jeden Fall das Handwerkszeug dazu, wenn jemand will, dass er weit kommt. Und außer, dass wir das bieten, bieten wir auch eine sehr gute Bezahlung am Bau und viele Möglichkeiten, sich auch technisch weiterzubilden und auf dem Stand zu bleiben. Das heißt, der Beruf ist auch abwechslungsreich? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen am Bau alles, vom kleinen Wohnhausanbau bis zum komplizierten Bau, Sichtbeton und so weiter. Also alles, was am Bau zurzeit gefordert wird, ist bei uns vorhanden. Super, vielen Dank, Herr Dechand. Wenn wir Ihr Interesse an einer Ausbildung bei der Firma Dechand geweckt haben, dann schauen Sie doch auch nochmal auf der Internetseite für zusätzliche Infos vorbei unter www.dhib.de.